Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit & Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich bin Dein Gesundheits-, Life- und Mentalcoach hier in diesem Podcast und das aus absoluter Leidenschaft. Ich möchte Dir hier in diesem Podcast ganz viele tolle Impulse mit auf den Weg geben. Damit Du im wahrsten Sinne des Wortes über Dich hinaus wachsen kannst, dass Du zur besten Version von Dir wirst und das geht nicht nur, indem Du mentale Dinge veränderst, indem Du tolle Ziele hast, sondern indem Du eben auch darauf achtest, was Du jeden Tag an Nahrung zu Dir nimmst, ja wie häufig Du Dich bewegst, ob Du Dich überhaupt bewegst und wie Du auch mit dem Thema Stress umgehst. Aber heute geht es in der Tat um ein mentales Thema. Es hängt eben alles mit allem zusammen. Und ich bin auf die Idee zu diesem Podcast gekommen wegen meinem letzten Seminar Balance Your Life. Und ich möchte Dich da ganz kurz mit reinnehmen, denn vielleicht kennst Du das ja auch. Du hast vielleicht Phasen gehabt in Deinem Leben. Da hast Du Dinge getan, vor denen hattest Du am Anfang Angst, ein ungutes Gefühl. Und was ist passiert, wenn Du Dich dieser Angst gestellt hast? Wenn Du etwas überwunden hast oder Du bist durch eine Sache durchgegangen, Du hast es geschafft und ja, Du hast Dich quasi Deinen Ängsten gestellt. Was ist danach passiert? Du bist zu einem anderen Menschen geworden. Und je häufiger Du Dich der Angst stellst, je häufiger Du Dich zu der Person entwickelst, die nicht mehr vor ihren Ängsten wegläuft, sondern durch die Ängste hindurch geht, ja, desto mehr entdeckst Du da ein Potenzial, was Dir ganz, ganz neue Möglichkeiten offenbart. Und denk mal darüber nach, die letzten zehn Jahre Deines Lebens. Du bist heute ein ganz anderer Mensch, wie noch vor zehn Jahren. Wir Menschen gehen ja durch verschiedene Zyklen hindurch und diese Zyklen haben auch eine bestimmte Energie, aber wir alle machen unsere Erfahrungen und diese Erfahrungen prägen uns. Und je häufiger Du eben auch Erfahrungen gemacht hast, die eben nicht so einfach waren, die Dich, ich will mal sagen, geformt haben, die Dir aufgezeigt haben, dass Du viel stärker bist, als Du tatsächlich vermutest, dass Du mehr Selbstvertrauen bekommst Du, dass Du mehr innere Stärke bekommst Du und so weiter. Und ich möchte heute diesen Podcast mal nutzen, um Dir aufzuzeigen, dass hinter Deiner größten Angst in der Tat Dein größtes Potenzial steckt. Und warum ich jetzt auf diesen Podcast heute gekommen bin, habe ich ja eben schon angedeutet. Das war eigentlich eine Kleinigkeit, denn mein letztes Seminar, Balance Your Life, das hat jetzt im Februar stattgefunden, 2022. Und in diesem Seminar, das sind immer meine Intensivseminare, geht es eben auch, deswegen dieses Wort Balance, auch um das Thema Ernährung und Bewegung. Und nach solchen Seminaren haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich miteinander zu vernetzen. Das tun auch immer ganz viele, das ist natürlich freiwillig. Ich motiviere alle, das zu tun. Und da hat sich eine kleine Gruppe formiert, die eben auch ganz bewusst einen kleinen Entzug gemacht hat. Und zwar von Zucker, Kohlenhydraten und so weiter. Also, die haben quasi alle die gleiche Motivation gehabt, zu sagen, okay, wir werden jetzt mal einen Entzug machen, werden uns gegenseitig in dieser Gruppe motivieren und werden dann einfach dafür Sorge tragen, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und ich finde sowas immer ganz toll. Warum? Weil ich ein großer Fan davon bin, immer an der Sache dran zu bleiben und ganz einfach eben auch Dinge zu tun und sie in die Umsetzung zu bringen. Und ich bin natürlich auch in dieser Gruppe drin, damit ich auch so ein bisschen schauen kann, Tipps geben kann, Informationen weitergeben kann. Ich mache das immer so. Und als ich dann das Ernährungsprotokoll in diese Gruppe gestellt habe mit der Bitte, dass jeder täglich sein eigenes Ernährungsprotokoll, wo drauf steht, okay, was habe ich denn jeden Tag gegessen? Wie oft habe ich mich bewegt? Was habe ich gemacht an Sport? Wie viel habe ich getrunken und so weiter? Dass also wirklich jeder Einzelne dieses Protokoll in die Gruppe stellt, habe ich, naja, nicht sofort positive Resonanz bekommen. Also ich bat alle darum, täglich ihr eigenes Ernährungsprotokoll, also das tägliche Aufschreiben, was gegessen wird, plus Sport etc. pp. in die Gruppe, in die Gruppe sichtbar zu machen. Was passiert denn da? Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir das vorstellen? Und weil dann erstmal ein paar Widerstände gekommen sind, die ich natürlich relativ schnell, hoffe ich zumindest, in erst positive transformiert habe, sodass jeder dann auch wirklich, ja, ein positives Gefühl hat, denn man soll sich ja gegenseitig unterstützen. Aber was passiert denn da? In dem Moment, wo es unangenehm wird. In dem Moment, wo es ungemütlich wird. In dem Moment werden die Dinge transparent. Sie werden klar. Und du hast die Chance, durch diese Angst, durch dieses ungute Gefühl hindurchzugehen, natürlich mit der nötigen Unterstützung. Und danach, wenn du es geschafft hast, dann hast du natürlich auch den positiven Benefit. Und das ist jetzt vielleicht so eine klitzekleine Version, wie du durch eine Angst hindurchgehst. Denn ich gebe dir noch ganz viele andere Beispiele heute hier in diesem Podcast, auch durch meine Ängste, durch die ich hindurchgegangen bin. Aber gerade bei dieser, ja, bei diesem Thema jetzt mit diesen Protokollen, was ist das denn für eine Angst? Es ist die Angst, wirklich mal das schwarz auf weiß selbst zu lesen, sich von einer Gruppe zu offenbaren, was esse ich denn wirklich? Wie oft greife ich denn zu Süßigkeiten? Wie oft bin ich denn der oder diejenige, die abends nochmal den Kühlschrank aufmacht und so weiter? Und ist das dramatisch und schlimm? Nein. Aber es ist dann dramatisch und schlimm, wenn du probierst, diese Dinge zu unterdrücken, dich deinen, ja, ich sag jetzt mal Ängsten nicht stellst, weil du immer wieder um Dinge herumkreisen wirst und probierst so ein bisschen, dich da so durchzuschlängeln, anstatt dich mal der Sache zu stellen und zu sagen, so, welche Instrumente brauche ich jetzt, um mich meiner Angst zu stellen? Ich möchte dir aber noch ein paar andere Beispiele geben. Denn um die beste Version von dir zu werden und diese beste Version von dir, die ist ja schon im Quantenfeld da, zumindest ist es das, was die Quantenphysiker sagen und du darfst dich zu der Frequenz hin entwickeln, damit du das dann wiederum in Resonanz bringst. Und diese beste Version von dir, die ist mutig, die hat Selbstvertrauen, die hat in dem Fall eben auch die Motivation, in dem Moment sich seinen Ängsten oder deinen Ängsten zu stellen. Und ich will dir das nochmal an ein paar Beispielen aufzeigen, wie du dich zum Beispiel auch blockieren kannst, obwohl dein Unterbewusstsein dir immer wieder sagt, hey, schau da mal hin. Hast du schon mal eine Sprache gelernt? Englisch, Französisch, Spanisch, wie auch immer. Und wenn du jetzt nicht gerade zu den absoluten, super sprachbegabtesten Menschen gehört, sowas gibt's ja, habe ich auch schon kennengelernt, die gucken sich eine Sprache an und können die gefühlt. Wie hat sich das dann angefühlt, wenn du die Sprache noch nicht so perfekt sprechen konntest und dann auf einmal warst du im Urlaub und musstest sprechen? Hm, da hat man doch immer mal auch das Gefühl, oje, hoffentlich klappt das. Das heißt, die Angst vor anderen zu versagen oder sich zu blamieren. Oder das Thema Flugangst. Wenn ich sehr häufig zum Flughafen muss, habe ich einen ganz bezaubernden Fahrer, der mich abholt, also einen Taxifahrer. Ich kann mich nur gut daran erinnern, noch nicht, ja, allzu lang ist das her. Da habe ich ihn gefragt im Sommer, ob er dann in den Urlaub fährt. Und er sagt zu mir, ja, ja, er fährt 25 Stunden in die Türkei. Ich so, wie, 25 Stunden, ob er dann so gerne Auto fährt, weil er ist ja Taxifahrer, ob er das liebt, sagt er, nein. Er hat Flugangst. Er kann nicht fliegen. Und in dem Moment, wo er das gesagt hat, habe ich ihm natürlich eine Moralpredigt gehalten, die komplette Taxifahrt und habe ihn mit dem Mentaltraining unterstützt und habe ihm gesagt, er wird da langfristig nicht drum herum kommen. Denn diese größte Angst, die er in sich trägt, diese Flugangst, hat vielleicht auch was mit einer Erfahrung zu tun, die er entweder als Kind gemacht hat oder, wenn du daran glaubst in einem letzten Leben, ob du daran glaubst oder nicht, das liegt jetzt an dir, aber ich glaube eben nicht an diese Zufälle, dass wir nur dieses eine Leben haben. Aber damit man das lösen und heilen kann, um wieder frei zu sein, das ist der nächste Schritt und auch bei ihm. Und hinter dieser Flugangst, also hinter dieser, ich baue meine Kontrolle auf, ich stelle mich nicht meiner Angst, steckt in dem Fall auch ein gigantisches Potenzial. Und ich möchte dir noch ein Beispiel geben. Stell dir doch mal vor, du bist eingeladen zum Geburtstag und da hast du eine große Tafel mit ganz vielen tollen Menschen und die meisten von denen kennst du noch nicht so gut. Und sagen wir mal, es sind 15 Menschen. Und auf einmal kommt ein netter Mensch, nicht das Geburtstagskind, auf die Idee und sagt, jeder, der hier am Tisch sitzt, kann doch mal zwei, drei Sätze über das Geburtstagskind sagen, also quasi wie eine kleine Rede halten. Und jetzt stell dir mal vor, du sitzt da, hast Herzklopfen und denkst dir, oh Gott. Und dann siehst du, wie alle anderen reden und denkst, oh Gott, und du kriegst kein Wort raus. Die Angst, sich vor anderen zu blamieren, die Angst, in dem Moment etwas Falsches zu sagen und die Angst, nicht das Richtige zu machen, ist auch so eine Urangst, die ganz viele Menschen haben. Und ich möchte dir aber auch noch ein Beispiel von mir geben, weil das Thema mit dem Reden, das habe ich jetzt nicht, ich kann überall reden, deswegen ist es ja auch mein Beruf und mein Job, deswegen mache ich auch diesen Podcast. Aber ich habe auch kein Problem, eine Sprache dann in dem Moment zu sprechen, auch wenn ich sie noch nicht so gut kenne. damit habe ich kein Problem. Aber ich habe ein riesengroßes Problem gehabt, zum Beispiel meine Emotionen voll zu zeigen. Und ich war zum Beispiel 2015, war ich in Los Angeles in der Lee Strasburg Academy und zwar zum Speaker Training. Also zu einem Training, wo eben Sprecher ausgebildet werden. Und ich dachte mir, ja, Kerstin, das kriegst du schon hin, schaffst du schon, bist ja ein mutiger Mensch. Und da hat man mich auf die Bühne gestellt. Und weißt du, diese Bühne war aufgebaut, vielleicht kannst du dir das jetzt so visuell vorstellen, wie so ein Theater. Und die anderen, die mit mir genau diese Speaker Ausbildung beziehungsweise dieses Coaching gemacht haben, das ging drei Wochen, die haben quasi unten als Zuhörer mir zugehört. Und ich sollte auf dieser Bühne auf Englisch eine Geschichte erzählen, und zwar so emotional wie möglich. Problem war nur, dass ich meine Masken nicht alle fallen lassen konnte. Also ich habe sie zwar emotional erzählt und bin voll in die Emotionen gegangen, aber bei dieser Lee Strasburg Akademie, wo im Übrigen Schauspieler ausgebildet werden, da wurde auch Brad Pitt und Angelina Jolie ausgebildet und so weiter, das sind ziemlich gute Coaches. Das Problem war, ich stand auf dieser Bühne fast zwei Stunden, weil dieser Coach mir immer wieder gesagt hat, er fühlt nichts, nichts. Und weißt du, irgendwann habe ich so gebrüllt und geheult auf dieser Bühne, weil ich dann wirklich alle meine Masken habe fallen lassen, dass ich komplett in die Emotionen gegangen bin. Und meine größte Angst war damals, die war unbewusst, dass in dem Moment, wo ich so emotional bin, dass ich dann einfach meine Masken fallen lasse und angreifbar bin. Und frag du dich doch mal, egal was es bei dir ist, ob das ein Fallschirmsprung ist, wo du komplett die Kontrolle abgeben müsstest, weil du vielleicht in der Kindheit gehört hast, uh, alles ist gefährlich, die Welt ist gefährlich, vertraue niemandem, das darfst du nicht wagen und du musst immer die Kontrolle behalten. Oder ob es vielleicht die Rede ist oder auch einfach mal andere Menschen anzusprechen im Urlaub, du könntest dich vielleicht blamieren, eine Sprache zu sprechen, die du noch nicht so gut kennst, oh je. Oder vielleicht mal über deine Gefühle zu sprechen vor anderen Menschen, oh je, aber über Gefühle darf man doch gar nicht reden. Egal, was das ist. Frag dich das doch mal. Denn hinter allem, und wir alle haben diese Pakete zu tragen, hinter allem steckt eigentlich die Angst zu versagen, nicht gemocht zu werden, sein Gesicht zu verlieren, mangelndes Selbstvertrauen, die Mutlosigkeit, weil man eben gehört hat, man darf es nicht wagen, oder die Angst vor Kontrollverlust. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Wie löst du das denn? Du könntest jetzt auch sagen, ach Kerstin, weißt du, ich habe weder Lust aus dem Himmel zu springen, noch muss ich vor Leuten reden, ich habe auch keinen Bock eine neue Sprache zu lernen und ich muss auch nicht Pünktchen, 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 aber ich garantiere dir, wenn deine Seele in dir anklopft, und das tut sie jeden Tag, und manchmal flüstert sie dir Dinge zu, die sind leise, und manchmal redet sie ein bisschen lauter, und irgendwann schreit dich deine Seele an, weil die will frei sein. Denn das größte Potenzial, was in dir ist, ist diese, ja, beste Version von dir. Die ist mutig, die will das Leben erfahren, die hat dieses Gefühl von, ich will alles aufsaugen, was sich Leben nennt, und ich habe Lust, mein Leben in meiner vollen Schönheit zu leben, denn du bist der Schöpfer, die Schöpferin von deinem Leben. Und alles, was dich blockiert, alles, was dich abschneidet von dieser Freiheit, von dieser Kraft, von dieser Selbstbestimmung, wird irgendwann an die Oberfläche kommen. Und weißt du jetzt, um nochmal bei dem Seminar zu bleiben, bei Balance Your Life, ich mache bei allen meinen Seminaren, bei allen meinen Intensivseminaren, mache ich intensive Übungen. Warum? Weil du dir die merken kannst, weil die in die unterbewussten Sphären gehen, und weil es genau das ist, an das du dich in deinem Leben erinnern kannst. Die Theorie ist schön, und digitale Produkte sind auch toll, aber ich sag dir was, es reicht nie und nimmer aus. Deswegen, ich bin ein großer Freund der Digitalisierung, sonst könntest du diesen Podcast auch nicht hören, aber du musst die Dinge tun, du musst sie in die Umsetzung bringen, von A nach B, sonst findet keine Veränderung statt, denn dein Unterbewusstsein, dieser Autopilot steuert dich. Und deswegen wird es meines Erachtens auch immer Seminare geben, die eben auch auf einer Tiefe und vor allen Dingen auf einer langjährigen Erfahrung basieren, so wie es bei meinen Seminaren eben auch der Fall ist. Und ich garantiere dir, in dem Moment, wo du dann da stehst und tust Dinge, von denen du nie gedacht hättest, dass du sie schaffst, wie fühlst du dich denn danach? Das ist die Erfahrung, die du gemacht hast, um den nächsten Schritt für dein Business, für die Kindererziehung, für deinen nächsten Schritt zum Thema Selbstvertrauen zu tun oder zu gehen. Okay, genau darum geht es. Und frag dich doch mal, wovor hast du Angst? Was hat dir als Kind die meiste Angst bereitet? Was ist heute noch da und lässt dich zittern? Und ist es vielleicht auch die Angst vor Ablehnung? Es ist die Angst, nicht gemocht zu werden. Es ist die Angst, ich kann die Kontrolle verlieren. Und es ist unendlich befreiend, darüber zu reden. Aber es ist noch befreiender, wenn du durch diese Angst hindurchgehst und du löst sie. Und ich bin deswegen auch so überzeugt, dass hinter deiner größten Angst dieser riesengroße Schatz verborgen liegt, weil genau diese Blockade, diese Energie, die da nicht fließt, dir die Möglichkeit gibt, deinen nächsten großen Schritt zu machen. Und weißt du, wenn du jetzt dir nochmal diesen Moment gönnst und fühlst dich hinein, wie fühlt es sich an, wenn du die Kontrolle abgegeben hast und du hast es geschafft? Du hast einfach mal, einfach mal die Kontrolle abgegeben und hast das geschafft, wenn das dein Thema ist. Oder du hast dein Selbstvertrauen aufgebaut und hast wirklich andere Menschen angesprochen. Du hast etwas getan, wovor du so eine Angst hattest und du hast es geschafft. Und weißt du was? Es ist so ein großartiges Gefühl. Und das Schöne ist, je häufiger du dich deiner Angst stellst, desto kleiner wird sie und desto größer wird dein Selbstvertrauen. Und dieses Drei-Tages-Seminar, was ich gemacht habe, ich mache das im Übrigen bei all meinen Seminaren, diese sehr intensiven Übungen, aber bei Balance Your Life gab es eben auch eine Übung, wo du deine beste Version und zwar nicht nur aufschreiben durftest, sondern wo du deine beste Version kundtun durftest und zwar vor Herzens-Buddies, also vor Menschen und zwar nicht vor allen, sondern vor einer kleinen, klitzekleinen Gruppe. Und diese Art der Übung, ich will jetzt nicht so sehr im Detail darauf eingehen, hat bei ganz vielen Menschen enormes Potenzial ausgelöst. Warum? Weil in dem Moment, wo du von der besten Version von dir sprichst, und zwar nicht alleine in deinen vier Wänden, nicht nur auf dem Blatt Papier, wenn du es aufschreibst, sondern in dem Moment, wo du es kundtust, wo du die Energie, die du auf der geistigen oder vielleicht auch aufgeschriebenen Ebene wirklich kundtust, in dem Moment wirst du merken, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und ich schaue dann immer in die Augen der Teilnehmer und sehe diese gigantischen Transformationen. Ich sehe, wie wieder ein klitzekleiner weiterer Schritt zu einem ganz großen Schritt, ja, ich sag jetzt mal, in die richtige Richtung vorangeschritten ist. Das war jetzt grammatikalisch total falsch egal. Also auf jeden Fall, wie der oder diejenige wieder einen großen Schritt nach vorne gegangen ist mit diesen ganzen einzelnen Übungen. Und das macht mich einfach im Herzen total glücklich. Und ich möchte dir am Ende von diesem Podcast sagen, egal wo du gerade stehst, müssen tust du natürlich gar nichts. Aber du bist nicht allein. Denn auch wenn du Menschen hast, wie ich zum Beispiel, die gut reden können, hast du von mir jetzt gehört, okay, dafür habe ich andere Wachstumsbereiche und bin da durchgegangen. Und bei anderen ist es so, die haben vielleicht überhaupt gar kein Problem, die Kontrolle abzugeben, aber dafür haben sie wiederum andere Probleme und so weiter. Das heißt, du bist nicht alleine. Und denke vielleicht mal drüber nach, dass hinter deiner größten Angst dein größtes Potenzial steckt. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir nur das Allerallerbeste und vor allen Dingen, dass du die beste Version von dir wirst. Von Herzen nur das Allerbeste für dich, deine Kerstin.